sie sind dass ich den Eidigungsglauben Fokkort später noch wenn ich will wenn ich ihn gequält hat dann ist er noch nicht tot er liegt noch okay der die vier wackeln noch ja wie eklig die Wackeln ja echt noch könntest du bitte wieder aufstehen tipp Angst um dich der Backkraut hier sehr gut geh jetzt besser da auch nicht so wie es scheint da bist du sauer als Tod oder ich weiß ja nicht egal der eifrige Sklave der ist auf jeden Fall auf dem Weg und wir gucken mal weiter ich weiß nicht habe ich schon alle ausgeräumt ich glaube nämlich noch nicht wird noch die hier glaube ich noch nicht nur doch auch dass der nächste Eifrige Sklave und hier ist ja ich bin grad hier am Kräuter sammeln ohne Ende da ist eine Höhle oh Gott oh Gott oh Gott Halbpflanze Halbpflanze da sind Orks vor können habe ich doch nicht auf der Höhle so was haben wir denn hier hey Mora gut dass du kommst ich hab was zu tun für dich äh ja was für eine Mine ist das hier sowas dummes kann auch nur ein Mora fragen halte doch mal deinen hässlichen Rössel in die Luft dann wirst du schon wissen was für eine Mine das hier ist eine Schwefelmine natürlich kann ich ein paar Brocken Schwefel mitnehmen mach das bring das fiese Zeug nach Gelder ich krieg hier bald keine Luft mehr was machst du hier ich sorge dafür dass die Mora's arbeiten und diese Mine läuft die Biester logern schon seit Tagen hier vor der Schwefelmine herum sieh zu wie du sie los wirst Ach Snapper das ist ein Quest dann habe ich noch nicht alle besiegt scheiße verdammt das wollte ich jetzt eigentlich nicht hören ok dann werden wir mal eben die letzten Snapper auch noch auslöschen die hier anscheinend irgendwo noch zu scheiße das sind ja noch übelst viele aber wisst ihr was ich log die einfach rein in das Lager bleibst du stehen jetzt ich bleibst du nicht stehen hä hallo kommst du her hallo so na endlich ok los geht's let's have some fun das Vieh werde ich zertreten komm steh auf mein Freund deine Zähne gehöre mir so ich kümmere mich um den da das ist meiner geweckte Org gut wo es sich bei den Schützen in den Schlangen da es ist echt aufpassen wenn ich mit anderen Leuten zusammenfinden da kämpfe so Erfahrung 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 Scheiße ist ja noch einer so ich muss sich auch leider töten tut mir sehr leid für dich und wir haben den Quest eigentlich du stehst nicht mehr aus so alles aufsammeln ja ja damit so mein Freund ich hab den Quest fertig die bedrohen euch nicht mehr dann kann ich ja nimm das als Belohnung einen Haus neun Schwefelbrocken bekommen bring mir was schürfen schürfen was muss ich übers Schürfen wissen da gibt's nicht viel so jetzt können wir doppelt so viel schürfen danke verbliebene Lernpunkte 7 äh 46 gut ja dann erstmal alles mitnehmen so und hier auch oh da haben wir Schwefel 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 und hier haben wir ganz viel Schwefel glaube ich oh das da da müssen wir jetzt aufpassen das darf uns nicht entgehen ich will alles Schwefel haben natürlich und da sehen wir auch schon ein paar Leute die Schwefelbrocken nehme ich natürlich auch nur mit und ich möchte ja bitte ein bisschen schneller auf danke so Schwefelader draufhacken die Schwefelbrocken bekommen wir acht Schwefel ach acht Schwefel aber nicht acht Schwefelbrocken also du gehst weiter ein hartes Stück felsesnass du schlechst herum wie ein Dieb naja ich schleiche nicht mehr ist ja schon gut ich mache das hier alles so den Schwefel auch hacken aber hier bekommen wir unbearbeitet die Schwefel das ist ein bisschen doof irgendwie weil wir brauchen nur 30 Schwefelbrocken oder? ja so eigentlich ja hier sind die Schwefel schleich hier nicht so rum ja 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 ganz ruhig ist ja schon gut ich darf echt nicht schleichen geh jetzt besser aber naja gut Schwefel über Schwefel und noch eine Schwefelada die wir natürlich auch uns äh zu eignen nein du gehst nicht nein du gehst nicht da jetzt schürfen du Arschloch oh manno die sind doch alle doof die stören nicht bei meiner Arbeit warte mal auf ich schleiche doch ich schleiche doch geh weg das ist meine Ader geh weg geh weg geh weg oh manno ich kann nicht davon abhalten ist das scheiße ich will keinen Ärger haben ach man okay dann eben nicht ach kacke egal wir kriegen beide noch Ärger wir kriegen beide noch Ärger wir kriegen beide noch Ärger da sollen die mal Ärger mit mir kriegen na egal Schwefelada noch eine abbauen acht Schwefel geschürft und den Schwefelbrocken nehmen wir auch mit und äh ja den Schwefelbrocken nehmen wir auch mit das Schwefel nehmen wir natürlich auch mit und den Schwefelbrocken natürlich auch was willst du Mora ich will gar nichts ich will ein Kind von dir wissen ähm was mit der Ader da ist nichts so habe ich schon okay dann habe ich hier nichts mehr drin verloren das ist natürlich ein bisschen scheiße weil wir haben noch nie und nimmer genug Schwefelbrocken zusammen äh oh das ist schlecht das ist ja schlecht war da grad noch ein Brocken ja ich hab mich nicht getäuscht gut dann äh ja okay was war das ah okay jetzt auch noch was obwohl das glaube ich auch nicht genug sein wird ja guck gibt mir das Schwefel da hinten auch noch so ach okay haben wir auch noch was schwefel ja ich darf ja nicht schleichen dann würde das ja alles auch nur vierfach schneller gehen da ich sie auch noch was und zwar da ganz viel okay schleich hier nicht so rum Mora ich schleiche nicht ne 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 ich doch nicht das guck mich doch nicht so an so halbpflanze ne schnappsbeere und wir laufen wieder zurück nach geldern ja ich bin uns jetzt kein teleportstein zu dem weg ist das wohl nicht so unbedingt notwendig mh leckere leute hier an der tür begrüßungskomitee würde ich das mal nennen aber okay ähm gut dann äh lass uns mal zu dem lieben Typen hier gehen zu dem da genau der Schwefelbrocken hier gut dann betrachte die Sache als erledigt ah ok 3 Schwefelbrocken waren es doch okay dann ist es gut die Wozmin nicht wieder in Betrieb dann bin ich ja mal gespannt wie lange es dauert bis hier was an gut er will ab auch so mit Lappi ja genau der Lapp okay aber ok ja egal Leute wir machen hier das nächste Mal weiter ich mache hier ein Schnitt ich muss wieder los bis dahin viel Spaß mit den Videos wir sehen uns das nächste Mal hier wieder und tschüss